Ja, das große Problem von Wasser. Ein Pferd. Ich glaube, da steht ein Pferd. Es ist wirklich ein schönes Pferd. Okay, die Frage ist was? Die große Frage, was ich ihm geben soll, könnte ich ein paar Streichhölzer geben. Schade. Eine Zange. Naja gut, wir stempeln es. Es war klar, der mystische Armer. Aber sowas von. Der schleudert unter Umständen auch Blitze. Ja, das macht sogar Sinn. Irgendwie. Hier ist übrigens wieder ein Gestell von einem Fahrrad. Ich gehe mal in die nächste Tür. Hier ist eine Regenrinne, Moment mal. Warum kann ich die angucken? Kann ich da vielleicht mit dem? Schade. Und hier mit der Zange auch nicht, oder? Hm, gut. Dann nicht. Gehen wir mal in die Tür rein. Nette Optik. Also, was haben wir denn hier? Wir sind im Hause eines Löwen angekommen, oder so. Das Banner kommt mir bekannt vor, wie aus Game of Thrones, oder so. Und dieses Schild, nur mal so, Captain America lässt grüßen. Ach, das sind so Seitenliebe, ne? Die Bögen hier, die kennt man eigentlich auch. Skyrim? Skyrim. Sind Bögen aus Elder Scrolls Online. Die Form. Oder aus Word of Warcraft. Könnten die auch sein. Ah, was haben wir noch als schöne Anleihe? Die Pistole. Jack Sparrow. A gun from the 18th century. There's also a little inscription. J. Roger. I could be wrong, but I think it's John Rogers gun. One of kids crew. I need to get hold of it. The engraving says J. Roger. Let's try to see if there's something that might be useful to my research. Vielleicht im Griff. Was? Öh. Oops. I better put everything back as it was. Ja. Okay. Wir müssen die wohl erstmal kaufen. Sorry, my mistake. Careful, boy. I don't like to repeat myself. So I'll tell you only once. It's not wise taking something without permission in a shop that sells weapons. Thanks for the advice. This alarm is a problem. I have to find a way to avoid activating it. Mhm. Mach mal. Was haben wir denn noch? There are shields of all ages and for everybody's taste. Aus allen Zeitaltern. Yo. Besonders aus dem von Captain America. Sehr schön. A nice arsenal. Aha. I don't need them. I don't think they would be useful to me. Unless I want to take part in a medieval carousel. But right now, that's not among the things I aim to do. Wieso in der Mitte, Alter? Der Schild ganz rechts. Ich glaub, das war in der Neuzeit. Da gab's was namens Avengers. Das war so eine kleine, unbedeutende, kleine Heldentruppe, die sich mit ganz unwichtigen Dingen beschäftigt hat. Okay, ein Katapult aber. Das kann er gebrauchen. Es ist ein kleiner Katapult. Das schießt doch garantiert ihn hier ab, den Waffenmeister. Na gut. Inventory Shield. Okay. Okay. Schild. They're scissors. Sorry, can I take these scissors? It seems to me it's the only thing suitable for you in this shop. Round edges for greater security. Go ahead and take them. And don't forget to advertise Rogers' weapons shop. Ähm, thank you. Okay, wir haben eine Schere. Was bringt mir die? Wir sammeln ganz viele Gegenstände. Die Frage ist nur, was mir das alles bringt. I think he's the owner of the shop. Guten Morgen. Ich konnte nicht anders, als die ausgestellten Waffen zu bemerken. Oder wie funktioniert denn ihre Alarmanlage? Ist eine sehr gute Frage. Würde ich auch immer stellen, wenn ich in den Laden komme. Ähm, und mir ist aufgefallen, dass die ganze Stadt mit neuen Regengrinnen ausgestattet ist. Wir gehen mal von oben nach unten durch. Good morning. Good morning to you, young man. Are you interested in something? Aber natürlich. Und zwar an Waffen. Vielen Waffen. Ganz vielen Waffen. I need weapons. Many weapons. No problem. Here you can find as many as you want. And if you don't see something around, I can order it for you. But I need your ID and your carry permit. I'll be back with the documents. Many documents. I'm sure of it. Excuse me. All these weapons are messing with my mind. Jo. Okay, wie lange gibt es denn diesen Laden schon? How long has this shop been running? Basically ever since Bone Town existed. In every town there is a shop selling weapons. And Rogers is the ultimate shop in the city. We have weapons from all countries and all ages. Our centerpiece is that gun on display over there. It dates all the way back to the early 1700s. My grandpa found it hidden in his attic. It's in a perfect state of preservation. Okay, ich wette mit euch, die Hälfte der Waffen wurde über die Jahre angesammelt. Und stehen immer noch zum Verkauf. Okay, ich möchte mich nur umsehen. Danke. I'd only like to take a look, thanks. Ja, ähm, ich klicke mal. I couldn't help but notice the gun on display. We think it belonged to one of our forefathers. And in our family tree, there's nobody whose name started with a J. The first Roger to arrive here in Bone Town was Johan. But he was an Icelandic fisherman. How much are you selling it for? It's the only piece in the entire collection not for sale. Why's that? It's needed to give our shop a certain prestige. Without this, we would just be another common emporium selling weapons. Instead, many people pass through here because they know this relic is here. If I sold it, many customers wouldn't return. I understand. Mhm. Und trotzdem brauchen wir diese Waffe, da in der garantiert ein Kartenstück ist. Ähm. There must be something for which you would be willing to part with that gun. Absolutely not. There is no other weapon identical to this. You could try to find another identical one. But according to the research we did, it's a unique piece. And even if I found another one of the same value, I could never trade it. As I already told you, our patronage is based at the end of the day on this heirloom. That's why we installed a very sophisticated alarm system. That goes off as soon as the weapon is removed. Ich hab da eine Idee. Wir haben einen 3D-Drucker. Könnten wir nicht ein Replik drucken? Aber erstmal fahre ich nach der Alarmanlage. How does your alarm system work? It detects the presence, weight and dimensions of the object. As soon as this is removed, it immediately goes off. The only chance to steal it would be to substitute the gun with another identical one. But being one of a kind, it's absolutely impossible. I'd say it's a foolproof system. Understood. Hm. Ich weiß nicht, wie schwer die Waffe ist. Na gut. Wir finden das schon. Irgendwie heraus. Ich weiß nicht, wie die Stadt ist, mit all diesen neuen Gutters. Ich sage, wir müssen eine Virtue of Necessity machen. Wir haben sehr viele Wasserprobleme hier in Bontown. Und ich würde sagen, sehr viele Economeprobleme, auch. Our Mayor Steve ist zu lösen all diese Probleme, die best he kann. Ich denke, es ist ein guter Kompromiss. All das shiny Brass scheint zu beautifieren Bontown. Und es gibt die Wasser wir brauchen, die wir brauchen. Okay. Gut, die Frage ist, wie wir das jetzt anstellen. Hier, ein Hammer. Aber das ist der Hammer. Vielleicht. Hm. Ich glaube, hier kann ich noch nichts machen. Ich würde ja gerne ein Foto machen oder irgendeine Art von Abschrift. Ich will es nicht verurteilen. Es ist die einzige Beweis, die ich habe, um die Erinnerung des Meines Vater. Aber das funktioniert nicht. Ich bin kein Arsonist. Vielleicht fehlt noch was. Die Frage ist, was. Okay, das habe ich mir schon angesehen. Gut, dann gehe ich mal weiter. Ich hoffe, ich muss nicht in einem strange Medieval-Tournament spielen. Ich gehe erst mal und schaue mir die nächste Ecke an. Vielleicht gibt es da ja einen Hinweis, was ich machen soll. Hier sind mehr Orte als gedacht. Wirklich flaschig. Mhm. Es ist die Entrance-Tour zu der Instrument-Tour. Da gehe ich mal ein. Gut, äh, den Laden hätte ich mir anders vorgestellt, aber egal. Es sieht, wie der Erinner mag, um alle Art von Instrumenten zu erzeugen. Ich kann einen Chirango und einen Yooka-Laylee und viele andere, die ich nicht erinnern kann. Bildungslücke. Eindeutig. Sie seien wie exakt Replicas von Silber-, Gold- und Platinum-Rekord. Na, wenn das wirklich Nachbildungen sind, vielleicht sind das auch Originalschallplatten. Ich weiß nicht, was mit diesen zu tun. Es ist der Verkaufsgericht. Es scheint mir zu mir, dass diese rarer Schallplatten sind. Es ist nicht der richtige Moment, um ein Instrument zu kaufen. Außerdem, nachdem ich meine letzten Erinnerungen an Deadman Inn spenden, bin ich verletzt. Oh, eine Stimmgabel. Es ist ein Tuning-Fork. Ein Tuning-Fork kann immer in Hand kommen. Entschuldigung, kann ich diesen Tuning-Fork nehmen? Ja. Es ist für Kunden, um Harmonie zu finden. Danke. Das finde ich cool. Ich wollte nämlich sagen, die nimmt er doch nicht einfach so mit. Der Ladenbesitzer wird doch etwas dagegen haben. Es ist eine alte Jukebox. Es ist bereits gearbeitet. Es gibt keine Chance, die Koffe zu verletzen. Na gut, ich... Was? Was war denn das? Moment. Ach, das waren die Instrumente. Gut, ich gehe da mal und rede mit dem Hippie. Denke ich. Mal schauen. Hallo. Hallo. Hallo, Mann. Peace be with you. May I help you somehow? Das ist eine gute Frage. Ich mag die Instrumentensammlung in diesem Laden. Darf man in diesem Laden rauchen? Ist das eine gute Frage? Er raucht ja die ganze Zeit, was? Is smoking allowed in this shop? Dude, who do you take me for? I could never go against the law and cause harm. It looks like you're smoking. No, dude. This is the new frontier. Electronic cigarettes. I see. Aromatized flavor? Yeah, you could say that. An aroma that expands your mind to connect you with the whole. I'm content. I don't want to investigate further. Genau, so. Aber die Instrumentensammlung, die ist natürlich interessanter. I like the selection of instruments in this shop. Thanks, dude. It took years to stock up so much choice to test every single instrument to make it harmoniously perfect. As in an orchestra where everything must be perfect? No, dude. No. I'm talking about Harmony with a capital H. Each instrument has a sound that connects your inner self with the motion of the universe, making you a part of the whole. And did you find the formula for this harmony? Dude, for more than 50 years, I've experienced things that link me with the harmony of the universe, but the path is still long, and there's still a lot to try. That's not hard to believe. I'd be curious to know what kind of experiments you conducted. Better not ask certain things, dude. In this case, I agree. Okay, schön. Goodbye. Goodbye. I wish you peace and love. Yo, lebe lang und in Frieden, mein Freund. Lebe lang und in Frieden. It's already working. There's no need to waste coins. Und nach hinten kann ich wahrscheinlich nicht gehen? Oder doch? Überraschend. Hey, there are other musical instruments here too. But these seem to be more ancient. Okay. It's another poster of the Lafitte amusement park. I saw one just like it at the inn. I guess the Bontown community really believed in that project. I already have a lot of things in my bag. Okay, Triangle. A musical triangle. There's a plate here too. Property of Walter Fly. Fly, Fly. Hm. Usually there's a metallic stick to make it play, but I can't see that here. I need something else to make it vibrate. Moment. Eine Stimmgabel? It should work. Und nun? What was that? There's a height out in the wall. The opening mechanism seems to have activated with the sound of the instrument. Das war überraschend. Moment. I'm a genius. An alcove with sound recognition. The inventor must have been a genius. The opening is too narrow. I can't even see what's inside. Hmm. Können wir die mit der Zange aufdrücken? I don't think these will help me this way. Better use it with caution. I could cause serious damage. Schale mit der Schere. I don't think that would work. I don't need it here. Hmm. Die Nagelfeile wird nicht gehen. I don't think fixing my nails would improve the outcome of my visit to Bontown. Okay, hier ist ein Bogen. Also, nicht zum Schießen, sondern zum Geigespielen oder Kontrabassspielen oder sowas. It's a bow for a cello, but the strings are missing. It's a bow, but it's so old that the strings are worn out. I'll take it with me. If I can find a way to replace the strings, I can use the cello. Ah, ich verstehe. Ich muss die ganzen Geräte hier reparieren. Und anschließend öffnet sich die Luke. Verstehe. Das dachte ich mir. It looks like a mechanical piano. I can't play it. To make it work, a musical role would be necessary. I never saw one so old, though. There's an engraving. Walter Fly, 1712. Don't touch. Property of the Fly family. Okay. Kann der Musikladeninhaber vielleicht irgendwas reparieren? So, hier dürfte es sonst, glaube ich, nicht sein. Also deswegen, ich gehe mal weiter. Hi, du Hippie, du. Haben Sie schon einmal von einem weiter Fly gehört? Have you ever heard of Walter Fly? I'm thinking, dude. I think he's a singer from the 60s. No, wait. Dude. Inspiration? It's just about to come. It's been a while since I heard that name. Walter Fly was a distant relative of mine. My third or fourth something or other. If I recall correctly, in the back room is a mechanical piano that belonged to him. Dude. He was like a musical genius. A sort of Beethoven of his age. Just that he didn't play in big theaters, only on transport vessels or so I recall. Plus, he was very good at mechanics. Dude. He knew how to put things in harmony. What do you mean? The harmony between music and mechanics. Everything revolves around harmony, dude. In the back room there are still instruments of the time Walter Fly came here to Bontown. I understand. Genau. Aber die funktionieren zum Teil nicht mehr. How come the instruments in the back room are not on display? For the harmony of things, dude. Those instruments must be in that room. If I move them, I change the order of the things and it wouldn't be. be good at all. Really? Actually, no. They can't be sold. One of my great-great-grandfathers put a clause on that action. The flies can sell all instruments, except for those that belong to our progenitor. I think it's a sign of respect for the legacy he left us. If I sell them, I'd be going against the will of my ancestors and I'd ruin the harmony. Dude, harmony is important. I have no doubt. Okay. Gut. Also, die Dinger werden nicht verkauft. Das ist schon mal eine sehr gute Information. It seems something is missing from the piano in the back room. Dude, you have sharp eyes. That is one of the first mechanical pianos. It works with a specific role that makes the melody start. Can you tell me where I can find a role? Eh, possible. I know there was only one for that model, but it was lost long before I was even born. My father told me that his grandfather loaned it to someone. For what reason? I don't know. And then? It was never given back. I have no idea where it might have ended up. Thanks anyway. Okay. Okay. Ich habe aber keine Ahnung, ob wir die schon gesehen haben. Ich glaube nicht. Goodbye. I wish you peace and love. So, ich probiere es mal mit dem Bogen. Better not. Hm. Okay. Also, den kann er nicht reparieren. Es fehlt also noch was. Vielleicht vom Pferd. Ahre vom Pferd. Aber das müssen wir ja dann auch erstmal anlocken. So, die Frage ist, wo geht's da hin? Ah, zum Vergnügungspark. It's a souvenir photo booth and some posters belonging to the Lefit Park. There's also a super promotion. One shot, three posters. Interesting. Let's try and hope it still works. Leg los. There's a super promotion. With a single shot, you'll see yourself in your current form. In the guise of a pirate. And, brand new option. In the guise of a drunk pirate. All offered by the Lefit Amusement Park. The things you do to attract customers. Woo. I better go out and recover the posters. I'm curious to admire the different versions of myself. Und das alles funktionierte ohne Geld. Cool. They should be my posters. They should be my posters. That's what they're in the guise of. They should be a poster. They should be my posters. Untertitelung des ZDF, 2020